Oh! Dingle, 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 Dingle... Oh, was? Ach, hey, wir haben alle vier Dinger für dich. Schneeflöckchen... Heißhutchen... Alle vier Deutsch-Fahr. Yay! Kannst du sie gerade noch selber zusammenbauen. Bloß, ein paar Einzelteile liegen da raus, und dann pack ich dir alle in die Tüte fertig. Yay! Trägst du mit deinen Wurstfinger nicht mehr rein? Alter! Das müssen Kinder in Rumänien machen, Alter. Anders geht das gar nicht. War doch, äh, äh, gerade, äh, doch... Ja, ja, das war ja gerade erst, deswegen, Alter. Deswegen kann ich mir das gut vorstellen, dass das wirklich so ist. Komm her! Du Sau! Komm her! Was war das denn Isiges? Oh! Oh mein Gott! Meck mit dir! Alter! Bist du bekloppt? Oh! What the fuck? Alter! Muss mal gucken, wie ich da reagiert habe. Hä, was? 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 Ja, ich dachte, du fährst an mir vorbei, und dann sehe ich, dass du mir auf mich zukommst. Boah! Boah! Das ist ja... Wie so'n Trampolin, so... Brung! Das ist... Alter! Oder diese Leute, die, ähm, 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 wo der eine halt, äh, so'n... so'n Gummiball, äh, vor sich hat, und, äh, der andere dann halt dagegen läuft. Ja. Brung! Du! Äh... Äh... Ouch! Alter! Oder klemmt dich da oben fest? N explorer! Ah! Boah, was... Was hat er... N�! Was? Du hast ihn zerstört? Du Penner! Hast du auch Faustgottes? Ja. Aaaaaaah! Achso! Ich würde sagen, ich hätte drauf geachtet, auf die Gefühle zu sein, kannst du nicht. Oh, was für eine geile Vorlage, ohne keiner ist da, ohne mehr auf... Das ist das eisige, was wir hier machen. Da klappt sowas alles, ey. Sollten wir auch mal wieder machen. Oh, sehr schön. Yeah. Okay, ich spiele euch. Aber ich glaube, da kommen wir nicht mehr mit zurecht, bei der Zeit. Ja, doch, aber ich glaube, das wäre uns zu langweilig. Ja. Weil mit dem Rumble-Modus haben die hier echt gewaltig einen draufgelegt. Ja, muss ich sagen, weil, wie gesagt, wir waren ja nun wirklich die extremen Hockeyspieler. Wer uns verfolgt, also wer das ja nicht verfolgt, weiß das. Ja, ich glaube, 70, 80 Folgen auf jeden Fall. Ja, wenn nicht über 100, Alter. Ah ja, stimmt, weit über 100, ja, 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 weit über 100, ja, ja. Wie heißt das hier? Ja. Nein, ich habe den verfehlt. Oh. Alter. Upsala. Oh, Alter. No, genau da hat er den Ball gefloppt. Oh, was? Hätte er mich nicht noch ein bisschen weiter wegschieben können? Oh, ja, nein. Nein. Da kommt rein. Ja. Geil reingedreht. Dir das so geil reingedreht. Alter. Oh, ein Rückwärtsgang. Geil. Also mit so einem Rückwärtsgang. Fallrückzieher. Mega. Ey, war läuft. Alles, was rund und fettig ist. Alter, was hat der ein... Alter, Black hat ein geiles Auto. Black. Wow. Äh. Äh. Geil, ich habe den Kobo gegeben. Einer hat ihn noch getreten, ne? Ja, der Treter war ich. Alter. Nein, 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 nein Patz! Was? Die Lackierung habe ich nicht, ne? Boah, Alter, das ist so ein schöner Flug, ne? Hallo? Hä? Hallo? Der, äh... Ich glaube, weil er noch im Eis war, hat, ähm... Das Ding ist nicht reagiert. Hui, das war knapp. Wow! 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 Alter, also das war schon mal geil. Schade, dass er nicht reinging. Was? Unser Ding, so, ich hab das zu verlassen. Echt, Mann? Was? Echt? Ja, scheinbar. Das war das erste Mal, dass wir uns zu verlassen haben, das war so zu gut. Alter, du bist voll leise. Jumps! Leckt mich! Ihr braucht uns, äh, ihr braucht uns. Ihr seid zu gut. Ja, nein! Ich hab auch Eis, also wenn er vor dem Ball, äh, vor dem Tor kommt, also, wenn er das da reingeht, versuche ich den zu enteisen, äh, Eide zu eisen. Boah, shit, ey! Boah! Scheiße, äh, hab ich, hab ich, äh, war das wegen dem Eis? Ja, ist gut. Ach so. Ach so. Achtung! Schade, dass der andere noch da dran war. Oh! Bravo, Junge. Geiler, heißer Schei... Äh... Ach, shit. Ah! Ne, ich hab Eis. Oh nein. Oh nein, oh nein! Oh nein, oh nein! Ich... Nee! Ich... Ich... Alter, ich wurde... Oh, ich wurde wegteleportiert. Oh, das war fies. Ich wurde gerade wegteleportiert. Völlig außer Reichweite. Oh... Schade. Aber egal. Aber hat mich auch tatsächlich... War gut gemacht von denen. Hat er nicht gesagt. Ja, alter, wie hat er den denn mit Fallrückzieher gekriegt? Fallrückzieher? Was? Ja, da stand gerade Fallrückzieher. Okay. Ja! Alter, ich hab den auch noch Turbo gegeben! Der hat alles gekriegt. Oh. Nächster Black. Black ist nicht auf Zack. Oh, bitte Fustor, bitte Fustor, bitte! Oh, Eis! Ich glaub's nicht. Nein! Ich hab Eis gemacht! Alter, alle legen überall Boxerschuhe! Ah, ich liebe das Spiel. Yeah! Ja! Yeah! Ja! Konfettiiiiiiiiiii! Geschenke! Pfff! 700 Punkte. Ich hab alle drei, ich hab drei Tsen gemacht. Ich hab... Ich hab alle... Alles... Eine hat er den anderen noch. King. What the fuck? Bebe. Blacke. Pipi. What the fuck, King? Hindi. Robert kann schnarchen, alter Schwede. Also jetzt auch so, so können wir hier schnarchen. Rechtheft. Rutsch, ruutsch. Richtig geil ehrlich. Vollgeil. Alter, der Sound. Huuup. Ludmilla? Ne Ludmilla, achso. Wie tief? Wäähw! 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 Zamara! Ah! Ach! Hast du sauber gemacht? Wäähw! Hey! Ach! Ah, schade! Wäähw! Wäähw! Oh, war das knapp! Hab fast ne Eigentum gemacht! Hehehehe! Ups! Alter, wer hat denn denn eingefroren? Ich hab den eingefroren! Boah, das war gut! Haha! Ich glaub deswegen ist er wie erst das hier auf Heiß gekommen, ne? Ja! Glück gehabt! Alter! Ah! Ah! What the fuck! Oh! Ludimali! Oh! Borgi helpt dich! Hehehehe! Ich liebe es, wenn dein Plan funktioniert! Alter! Ich hab nicht gedacht, dass der durchkommt! Oh! Hä? Oh! 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 ABS! Das war sehr gut Oh! Uah! Ah! Oh, hit-iberg! Klage! Oh, hit- carpário! Oh! Giulia! Ja, da wenn wir messen mit ihr gewinnen. das war ja ja doch mal gut was mache ich da was macht er da genau schade der der hatte faustgottes gehabt das war ein geiles eisstück eiskunstlauf und ich kann dann noch mit das war Ich bin gerade was am überlegen. Es ist ja nun tatsächlich sehr aufwendig, Folgentitel für Rocket League zu suchen. Nennen Sie doch einen PC. Ne, dass ich einfach den Folgentitel dann einfach komplett auslasse. Also nur Rocket League Folge so und so. Reinschreibe. Weil das ist bei Rocket League tatsächlich sehr aufwendig, weil ich dann halt die kompletten Folgen immer komplett durchgucken muss. Oh, Alter, Scheiße. Ja, ich weiß. Ich mache einfach auch ein bisschen 0-0-1 oder auch noch ein paar Fälle. Ich denke mal, dass ich das dann auch so gemacht habe. Also, ja. Ja, denke ich mal. Bei solchen Sachen wie LSD-Zone und so weiter kann ich das ja noch machen. Ich kann dir ja auch nachträglich einfügen. Das wäre ja auch noch eine Möglichkeit. Alter. Oh! Das war scheiße von mir. Okay, ich darf jetzt nicht so viel nachdenken. Ja. Mein Körpertausch war scheiße. Alter, der hat den Tor voll geklaut. Ja. Wacht da, Alter. Oh, ich bin ganz vorne. Ja. Ich bin daran vorbeigeflogen. Huh! Oh! Oh! Ih! 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 Oh, nee. Das kam richtig eklig. Kann das angehen, dass... Ja! Mein Fehler! Scheiße! Ich hab einfach gedrückt. Mann! Na, 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 na. Na, na. Na, 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 na. Oh! Hallöchen! Oh! Was zu... Jetzt! Nein, das ist nicht gut. Doch gut! Alter! Was verdammt! Was war denn mit dem los? War die alle... War die gerade alle Brain-AfKar? Ich kann euch bewahrten. Ich war, ne? Ich musste nur reinfocken. Aber, ja. Alter, die waren gerade alle Brain-AfKar. Krass. War eigentlich gut. Von dir. Ich musste nur reinfahren, was ist ja... Ich hätte einfach... Ich wäre einfach doppelt Sprung. Und schön langer. Ich hatte ja wie nach diesem Magnet ja, ne? Nein, 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 nein! Alter! Deswegen war das ja ganz praktisch. Ich musste ja nur rein. Ah, ich bin gleich nicht... Aber der hat auch gute Kunststückchen da gemacht. Aber er benutzt das zu häufig. Er versucht, einen auf Dicken zu machen. Ja. Ist ja nur ein... Ja. Und auf dem Feld ist er dann ne Null. Oder ein Feld. Äh, was? Äh, was? Schade. Alter! Das war fast ein Eigentum! Oh. Oh, Alter. Hä? Ich hab den noch getroffen. Oh, bitte lass ihn mir. Ich hab... Stacheln. Ach, fucken! 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 Fallrücksier! Junge! Junge! Ich bin Angreifer! Vier erste Ballkontakte! Was ist denn mit dir los? Hä? 44 Ballberührung. Was ist denn mit dir los? Was ist denn mit dir los? Wieder ein Typ da unten. Gerade unten. Das bildet euch vor. Das bildet euch vor. Aber ich hab zwar einfach... Das sah geil aus. Das sah geil aus. So kackendreißig. Einmal so... Von links nach rechts. Ne, von rechts nach links. Von links nach links. Ne, von rechts nach links. Ah, herrlich. Ah, herrlich. Oh, scheiße. Oh Gott. Äh... Repo-Man? Ach was. Repo-Man? Den kennen wir doch. Oder? Ja, den hatten wir doch eben. Der ist doch gegangen, weil wir zu gut waren. Ach ja! Komm schon in unser Team. Nein! Armstrong. Dafür haben wir einen Typen, wo der armstrong ist. Ja. Ah, ah. Hoffentlich ist sein, äh, Atem nicht strong. Boah. Alter, die können doch nicht einfach wechseln, während... Wie heißt das hier, dass das zum Tor geht, ey? Boah, das war richtig gefährlich gerade. Boah, mein Eis war gerade perfekt. Bis der Spieler da rausgeht, switcht worden, während wir in Angriff haben. Was mach ich da? Nein! Und ich hab jetzt Pümpel. Nein! Boah! Boah! Boah, geil angewinkelt. Das hat er gut gemacht. Pam! Easy! Was? Voller gefühlt? Yo! Junge! Oh, was? Nein! Sehr gut! Haha! Mach nix, dass du dir geklaut hast, aber war sehr gut. Ach so. Ah ja, egal. Ja, mach nix. Boah, sicher, sicher. Ja, ja, ja. Wir hatten beide Magnete fast. Ja. Oh, da kam ein Strahler. Ja. Ich hab den reingezogen, sozusagen. War sehr gut. Na, ich hau drehen. Oh! Hä, wie bin ich denn da durchgekommen, Alter? Ja, ja, war bei mir auch so. Ich glaube, der eine Typ kann das nicht so gut. Oh Gott. Oh Gott. Ich hab Eis. Ich hatte Eis. Da hatte jemand auch Eis. Und da hatte jemand einen Erdhagen gehabt. Und ein Fastentor gemacht, Alter. Ah, schade. Ah, iiih! Ja. Ich hab's versucht. Konnte nix machen. Ah, schade, Alter. Das ist das fies, ey! Oh, ich muss ja in eine andere Richtung. Oh, was zur Hölle? Boah! Alter! Ich bin gerade an denen vorbeigefahren, an unseren Kollegen vorbeigefahren. Da hat diese, ähm, diese... Dieses Pixel-Dings. Ach, was ist gut? Das hat sich voll an... voll krass angehört, so. Puh! Ha, 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 ha! Ach! Fick, 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 fack, fack, fuck. Oh! Mach mal den Trade, Alter! Bam! Oh, genau auf den Ty... Unser Macker soll nicht traden, oder sonst was? Der soll ja, ist halt hier. Ach, ist er wieder ein Traden? Hm, ist ein Trader, fack, fack. Oh! Diese Trader sind echt, äh, kacke. Sehr... Oh! Gut. Boah! Was wird das? Was geht grad so schnell? Äh. Alter, auf mein Dach geschossen! Auf mein Dach! Und dennoch diesen Repoman an, Alter! Wie fies ist das denn? Ja, mich ja fast auch. Takumi, RTX. Ach, bin ich nicht das Takumi? Ja. Ja. Ah! Nein! Nein! Hallöchen! Oh! Es war... Achto! Er hat ihn. Ah! Ja, was will er dafür haben? Nee, nee, ich... Nee, 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 nee. Nein, ich dachte, er will meinen haben. Nee. PAM! Alter! Diese... Alter, der Typ hat aber nicht ne geile... Diese Pixel... Dieses Pixelfeuer will ich haben. Oh! Oh, erst mal den Wildesturm weggeschossen! Nein! Ich hab den zurückgeschossen! Entschuldigung! Ah! Alter! Ah, schade! Ja! Ja! Alter! Warum gab's dafür keine Farade, Alter? Oh mein Gott! Heilige Scheiße! Alter! Unfassbar, wie du das... Also, dass du das noch so hingekriegt hast. Oh! Nein! Oh! Wer war das? Das war ein blauer, okay. Das war ein... Was, Sohle? Was sind das hier für gute Spieler? Das war eben ein sicheres Tor, Alter. Ja, ja. Das sind hier echt gute Spieler. Ja, ja. Boah! Also, jetzt ist der Schreiber, wenn... Ja, endlich. Ähm. Geil. Ich glaub, das hat er wirklich eine Millisekunde genau vorm Tor gemacht, Alter. Ach komm, jetzt ist Feierabend. Hahaha! Uhluhlehhmm! Huh computer! Oh! So, so worse. Alter, du wirst das Epic-Safe, Alter! Ja, ja. Aber hallo! Heilige Scheiße! Aber echt nur einen Millimeter gegen die Lache hoch geknüppelt und das hat gereicht, personnel. Oooooooohhhhhh! Ah, ich nicht! Aaaaah, Turbo, was hab ich denn mit? Aaaaah, Mentor! Das gibt's doch nicht, ey! Weggekekt, denn noch Pömpel und dann noch ihr seid hier, äh, Tausch, ey! Und die Karte! Hä? Schön reingebüht, ey. Oh, schön gebaute, der Unfall gebeten. Da ist was, da? Was, Unfall gebaut? Uauh! In meiner Mutter hat er Unfall gebaut? Ihm, im Altersheim weiter... Im, im kleinen Anal-Unfall. Neee! Ähhhhhh! Was? Ähhhh! Was ist mit dir her los?! Eeeёhhh! Put her in meiner Menu! Was war das denn?! Oah, warum ist die Reichweite- Oh! Baaaah, die Reichweite ist richtig schrecklich geworden. Ja. Egh! Nein! Sechsmal musste ich gerade anfahren, so nach Modo, Alter, bis ich den endlich mal kriegte. Gibt's doch nicht. Das muss aufhören, Alter. Das war gerade echt ungetrieben, heftig. Hat er den doch gleichzeitig weggekickt? Ja. So ein Lübbel, ey. Okay. Bum! Na? Was, der ging rein? Ja, dieser Ben Brocki, der ist echt... Der ist echt krass. War doch der, ne? Ja. Oh, sehr schön. Alter. Danke, 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 danke. Der war aber echt gut. Alter, der hat ja noch fast noch mal nachgezogen. Nice. Typ zu suchen, Alter, ey. Was? Achso, ja, okay. Ich wollte gerade sagen. Alter, dieser... Und wieder drin. Alter. Und wieder eine Vorlage von mir, Alter. Was ist denn los, ey? Heilige Makrete, wollte ich eigentlich schreiben. Alter. Alter, der Typ ist respektabel. Der haut das noch hier raus. Ich steh mich gleich in die Ecke und guck einfach zu. Alter! Boah. Oh, das war wichtig, Hähnchen. Da, Vorsicht! Ah! Ah, nein, 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 nein. Oh, sehr gut. Mann, nein, schade. Verloren, aber trotzdem. Das war aber mal heftig. Coole Moves. Das ist... ...Bud-Rape. Siehstern-Antenne. Ach, was. Wollt ihr euch nicht sehen? Wie viel kannst du noch? Ähm... Boah, ich bin ordentlich mehr. Okay, dann nächste Frage. Jo.